Gejagt. Oh, ich darf als Aiden durch die Gegend. Was muss ich denn machen überhaupt? Es wäre schön zu wissen, was hier jetzt gerade abgeht. Kannst du mir das sagen? Hm. Was lesen wir denn da Schönes? Ist das das Buch von Pulp Fiction? Vielleicht. Ein Rucksack, der schläft. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Vielleicht mal wieder zurück. Ich kann gar nicht zurück. Okay. Hm, hm, hm. Ist ja ganz lustig hier, aber durch die Tür kann ich nicht. Ich fliege jetzt einfach mal ein bisschen durch den Zug und schaue, was hier so alles ist. Ist jetzt schon ein bisschen fies, dass ich nicht weiß, was ich hier machen soll. Ich könnte eigentlich den Kaffee ausschütten. Tup. Hihi. Ist gemein, ne? Na gut. Fliegen wir mal weiter. Oder schweben weiter. Was immer Aiden auch ist. Diese schwarze Grinselwolke. Gut. Weiter weg darf ich nicht, wie es aussieht. Was haben wir denn da draußen? Superschönes Wetter. Öh. Ja. Hier draußen ist auch nicht gerade interessant. Öh. Ich habe das Gefühl, das ist nicht gut für uns. Hm, hm, hm. Sie schläft. Runter mit dem Rucksack. Geh auf. Wir haben ein Problem. Nicht gut. Ja, was mache ich jetzt? Ausweis. Ma'am. Zurück auf den Platz, bitte. Scheiße. Das ist sie. Das ist sie. Achso. Jetzt muss ich wieder auf die Bewegungen achten. Und die zu Ende machen, quasi. Lauf doch. Lauf. 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 Ja, da muss ich mich schon ein bisschen konzentrieren. Obwohl ich, glaube ich, nicht so viel mache. Aber ich darf... Ich darf das Timing nicht verpassen. Ja gut, alles so Schlimmes passiert ja nicht, glaube ich. Upsa. Dammit. Lauf. Schnell, 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 schnell. Na, Controller. Ach, das war es auch nicht. Ich bin gerade ziemlich im Versagen. Aber nur, weil ich ungewohnte Bewegungen mit dem Controller machen muss. Das war ich auch nicht. Lauf weiter. Lauf weiter. Das ist eine super Idee. Fenster geht nicht auf. Achso. Fenster aufmachen. Alles klar. Ja, das ist eine super Idee, Mädel. Ah, Controller schütteln. Ah. Das Spiel will alles von mir. Es ist nicht gerade einfach mit dem Mikrofon vor der Schnauze den Controller zu schütteln. Oh, irgendwas kommt jetzt. Ah, ich muss laufen. Ach nee, das ist nicht gut. Komm schon, lauf, 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 lauf. Ah, verdammt. Sackgasse. Irgendwie will das nicht so auf dem fahrenden Zug. Ähm. Warum tutet der Zug? Ja, komm schon. Steh auf. Öh, was war das jetzt? Ein Signal. Geh mir aus dem Weg. Aber das ist nicht gut. Hab ich jetzt das Richtige gedrückt? Ja. Oh, ja. Das war auch richtig. Ja, gib's ihm. Ich hätte jetzt einen Tritt woanders hin erwartet, aber okay. Mal diese Timing-Geschichte hier. Oh, ich muss gerade ziemlich viel machen, so im Vergleich zu vorher. Ich freu mich die ganze Zeit, ob ich's richtig mache, aber es scheint gut zu sein. Dann noch mehr von den Typen. Das ist schlecht. Äh, nö. Was mache ich denn jetzt? Hä? Was geht denn jetzt ab? Was zur Hölle passiert da gerade? Okay, das war interessant. Ja, dann laufen wir einfach mal ein bisschen durch den Wald. Es macht ja super Spaß hier, ne? Äh, toll. Ohne Klamotten. Sie konnte das verstehen? Ich hab nur ein Gehört. Oh, verdammt. Geht's da nach unten? Ich seh das nicht richtig. Oh, shit. Ich glaub, jetzt ist Rennen angesagt. Oh, oh. Du, pff. Hast nicht gesehen, dass ich mich ducken muss. Springen. Eieiei. Mädel, dass du hier was siehst, ist ein Wunder. Ich seh irgendwie gar nichts. Es ist mehr Glück, dass du gerade ausweichen kannst. Äh, was? Ah, den hab ich nicht gesehen. Lauf schneller. Komm schon. Wir müssen hier weg. Ah, der war da oben. Komm schon, wir schaffen dat. Da sieht man echt kaum was. Das ist echt fies. Diesmal bin ich wenigstens drüber gesprungen. Schwimmen angesagt. Schneller, 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 schneller. Komm schon. Ich drück so schnell ich kann. Ja, sie schießen auf mich. Fiese Drecksäcke. Ihr schießt auf ein kleines Mädchen. Wisst ihr das? Na gut, wie alt ist sie da wahrscheinlich? Keine Ahnung. Komm. Ah, X. Das Spielwilder verlangt ja wirklich alles von mir. So, rennen, rennen, rennen. Renn, Maus, rennen. Ich seh zwar nicht, wohin ich renne, aber Hauptsache weg von den Typen. Vorne sieht's dunkel aus, also muss ich wahrscheinlich dahin. Da ist niemand. Ich hätte jetzt gedacht, da kommt eine Zeitlupe. Scheiß Hunde. Immer tiefer, möglichst tief in den dunklen Wald. Wo sie mich nicht finden können. Halt doch die Fresse, du hast mich nicht gesehen. Was ist denn jetzt los? Ich glaube, die Richtung stimmt. Oh, fuck. Aiden. Oh, Mist. Wuffis verprügeln. Nein, wie fies. Oh, verdammt. Ah, shit. Mist, Vieh. Verpiss dich. Ah, ich will meinen Stock behalten. Komm, Mist. Vieh, geh weg. Verpiss dich. Schlag ihn mit dem Stein. Schlag ihn mit dem Stein. Piss dich, ja genau. Lauf weg zu deiner Mami. Apropos laufen. Sollte ich auch mal wieder machen. Weg hier. Ist egal. Hauptsache weg hier. Sackgasse. Mist, 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 Mist. Nein, das ist die falsche Richtung. Ich seh so nix. Es ist so dunkel hier. Fickte Sackgasse. Muss ich jetzt klettern? Ah, das wär ne Idee. Oh, oh, oh. Jetzt muss ich mich konzentrieren, damit sie nicht abstürzt. Das könnte sonst böse enden hier. Wir müssen uns beeilen. Sie sind hinter uns. Sie sind dicht hinter uns. Oh, 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 oh. Was? Achso, ich muss gedrückt halten. Jetzt hast du gesehen. Nichts außer Fels und Geröll. Und da hoch schafft sie es im Leben nicht. Nein. Scheiße. Sie ist uns ertwischt. Travis, wir brauchen die gottverdammten Hunde. Sofort. So, schnell weiterklettern und weg hier. Bevor wir noch checken, dass sie da wirklich hochklettern kann. Oh, oh, oh. Na, super. Vom Regen in die Traufe. Das wäre wohl so eine Stelle, wo ich mich durchschleichen müsste, irgendwie. Mach schon, Aiden. Aiden. Das finde ich so ein bisschen doof. Also der Name Aiden würde mir besser gefallen. Die beiden. Ablenken wäre gut. Tja, Entschuldigung. Du bist mir leider im Weg. Also das ist jetzt ein neuer Move, irgendwie. Ach, jetzt steuere ich den Typen. Okay. Interessant, interessant. Kann ich jetzt Motorrad fahren? Äh, kann ich irgendwas machen? Also mit dem Motorrad kann ich irgendwie nichts anfangen. Obwohl sie gesagt hat, das Motorrad wäre ideal. Ach nee, er muss wahrscheinlich einfach weglaufen, damit wir das Motorrad nehmen können. Okay. Versuchen wir das mal. Vielleicht hinter die Polizeiabsperrung hier. Da komme ich zwischen den... Also, da kann ich was machen. Äh, ich weiß nicht, ob das gut ist. Ja, eins. Oh, jetzt muss ich irgendwie... Was? Was? Was war jetzt das? Okay, Mike. Das reicht jetzt. Bist du völlig bescheuert? Schöne Scheiße. Oh, verdammt, jetzt darf ich Motorrad fahren. Toll. Also auf R2 gebe ich Gas, wie es aussieht. Da kommt eine... Oh, das Ding ist ja schwer zu steuern. Oh, 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 oh. Die Kurve ist ja krass. Boah, aber das Ding steuert sich echt beschissen. Können wir nicht noch Fernlicht umschalten? Ich würde gerne mehr sehen. Und ohne Helm. Ohne Helm fährt jeder rum. Das ist ja unverantwortlich. Oh. Muss ich jetzt immer noch was machen, oder nicht? Oh. Ah, ich müsste immer noch drücken. Okay. Schön, dass mir das jemand sagt. Ja, so ist es noch viel einfacher zu steuern. Oh, die Kurve. X? Wieso X? Wieso muss ich jetzt plötzlich immer X drücken? Ich habe gerade keine Ahnung, was ich mit dem Motorrad mache. Das Licht ist auf jeden Fall aus. Toll. Das Licht ist aus. Soll ich jetzt einfach in den Wald reinfräsen, oder wie? Mache ich nicht. Nee, nee, nee. Ohne Licht fahre ich nicht in den Wald rein. Oh, shit. Oh, shit. Ganzes verficktes SWAT-Team. Keine Schuss. Wir fahren direkt durch. Bist du bereit, Aiden? Ja, klar. Klingt nach Spaß. Es geht los. Yippie-kai-yay, Motherfucker. Was muss ich machen? Ach, Schutzschild. So. Teuer einstellen. Ich sage dir, Feuer einstellen. Klassensperre-Tango. Kein Durchbruch. Ich wiederhole, Sperre durchgebrochen. Ich fährt nach Bakertown. Und ich sehe schon, das gibt eine lange Folge, das ist ja richtig schön. Das sieht echt nicht gut aus. Oh, das klingt nach Spaß. Ich habe da eine erste Idee. Ähm, das war das. Genau. Na ja, so ganz so war es nicht geplant, aber okay. Ja, da oben haben wir noch was. Machen wir mal ein bisschen das Licht aus. Hm. Was können wir noch machen? Ja, ich habe da so eine Idee. Ach, den können wir nur... Alles okay? Ist alles okay mit dir? Das war nicht der Sinn der Sache. Aber das könnte ich machen. Was können wir noch tun? Nein, noch lange nicht. Ich möchte aber gern, ich möchte aber gern... Den kann ich auch nur erwürgen. Ah, Moment. Ne, mit dem kann ich nichts machen. Ich bin dran, ich bin dran. Komm schon. Mist. War ich jetzt zu langsam, oder? Okay, wo haben wir noch welche? Komm, ja genau. Nehmen wir das Auto und schleudern es ihnen entgegen. Das könnte funktionieren. Oder auch nicht. Shit. Shit, 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 shit. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ah. Was sind noch mehr von denen? Du gehst jetzt erstmal verschütt. So. Und du gehörst mir. Nein, ganz und gar nicht. Und jetzt? Achso. Ich muss noch was drücken. Oh, ne Granate. Gut. Ah, Helikopter hatten wir noch. Genau. Was können wir denn mit nem schönen Helikopter machen? Verdammt, der ist zu weit weg. Wenn die Leute wenigstens ein bisschen mehr leuchten würden. Ich weiß. Tu, was ich kann. Ich beeil mich. Ich beeil mich. Okay, ich komm schon. Ich komm schon. Du bist nur noch 7. Du könntest das mal sein lassen, bitte. Mach dir verdammt. Darf ich noch mehr Chaos stiften? Ich glaub, das war's mit Chaos stiften. Hat aber Spaß gemacht. Oh, ich muss da wieder rein. Jodie, wie bist du? Ich könnte dir ja helfen. Aber irgendwie kann ich nicht. Besser gesagt, ich würde dir gerne helfen. Mach mir einfach nochmal ein bisschen Spaß mit Auto. Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Mädel? Mädel, wo bist du? Es ist grad zu dunkel hier. So, was machen wir jetzt? Na gut, dann spiele ich noch ein bisschen mit den Typen hier. Haben wir noch ein bisschen Spaß? Das Auto kann ich nicht. Mit dir kann ich auch nichts machen. Das ist ja Mist. Ist der jetzt weit genug unten, damit ich den... Oh ja. Oh ja, oh, das könnte gut werden. Ach, das... Äh? Darf ich nochmal? Das war gut. Das war gut. Sagen Sie ihnen, sie sollen mich gefälligst in Ruhe lassen. Denn das nächste Mal werde ich sie alle umbringen. Komm, Aiden. Ich glaube, Sie haben es kapiert. Meinst du? Ich denke nicht. Ich könnte ja noch ein bisschen weitermachen. Das wäre kein Problem. Das wäre ganz lustig, finde ich eigentlich.